Machen wir dich mal weg mit Body. Mega Kick. Ach, nö, ja, ich weiß schon. Ich bin ja normal, Pokémon. Aber das war, glaube ich, keine Kampfattacke. Sonst wäre es effektiv gewesen. Bastardo. Komm, die Pump-Pump-Pokémon. Nein, Kampf-Pokémon haben doch keine Chance mitgegen mich. Die sind doch so Luschen-Pokémon. Mega Punch. Fire Floss. Na also. Na endlich, also. Der ist auch schon nervig. Okay, was kommt jetzt? Ach, wieder. Hier gibt es auch noch eine Attacke, die mir jetzt ganz besonders gut gefällt. Das ist die Explosions-Attacke. Ich könnte mir durchaus was vorstellen mit dieser Attacke. Die M5, das ist, glaube ich, mega Heap. Gibt es auch übrigens zum Kaufen. Irgendwo. Mitten in der Pampa. Brauche ich das überhaupt? Hat mir so viel geholfen. Ach, geil. Level 72. Das ist das Wöchste, was ich jetzt gesehen habe bis jetzt. Na super. Brauche ich jetzt meinen Stein. Full Hail. Das ist was Schönes. Der Hyperheiler. Ah, hier bin ich richtig. Dann möchte ich aber hier hoch noch. TM-17. Genau, ich muss einen Stein ins Loch fallen lassen und dann geht's weiter. So war das damals. Ach ja. Ja, es liegt wirklich sehr lang zurück. Sehr, sehr, sehr lang. Hallo, Onyx. Na ja, wie geht's so? Alles klar bei dir? Jo, danke der Nachfrage. Ja, ich muss weiter Welt erobern. Du hast drei Wünsche frei. Ich bin Golem. Soll ich dir einen Zettel in den Mund schmeißen? Oh, wir sind ja wichtig. Oh, schön. Muss ich mal wieder Lucky machen? Wo war denn die Attacke? Da. Das ist expliziell. Explosion just for man. Na bitte. Lasst mich in Ruhe. Ja, das müsste die Attacke sein. Schauen wir mal, ob das irgendein Pokémon erlernen könnte. So eine Attacke ist echt fein. Da würde ich sogar die Attacke Payday lernen lassen, weil ich brauche ja, glaube ich, nicht mehr. So arm bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber mal sehen, so gegen Ende, wenn ich trainiert habe, ja, dann kann man das erlernen lassen. Okay, jetzt muss ich das extra hierher holen. So, jetzt darf ich keinen Scheiß bauen. Weil sonst ist blöd. Na ja, meine Pokémon haben halt nicht Level 75. Dann hätten wir diesen ganzen Mist jetzt gerade nicht so. Bitte, James. Diesem Jahr noch. Ja, super. Ey, James ist ja richtig stark. Da wird aber die Jessie Augen machen. Na ja, true love. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Das ich hier wirklich kein Mist baue. Oh, super, ne? Das ist schon hochkompliziert. Eine Wissenschaft für sich. Hoppla. Hey. Ein Hängerchen. Soll es manchmal geben bei so Hexen, ne? Oder überhaupt bei Roms. Tschetsche. So, Mädel. Die ganzen Weg nur wegen eines Steines. Die war gar nicht mehr so schlecht. In der roten, gelben und blauen Edition. Ja, die hatte was drauf. Die hat mich sogar einmal zerlegt. Oh, Repair ist auf. Ja. James, geh halt nach rechts. Was wollte ich eigentlich? Ne, nach oben. Nicht diesen Tanz machen, den ich dir dabei gebracht habe. Den muss ich auch mal wieder vorführen. Also, ich kann gar nicht gehen. Und ja, dann bin ich tot. Ich weiß nicht, ob ich dich loskriege. Also, dass ich hier entkommen könnte. Okay, einfach flüchten. Na, also. Ja, so wollte ich gehen. Oh, so wollte ich gehen. Jetzt muss ich doch gegen einen der kämpfen. Na, gut. I'll show you just how god good you are. Trainerin. Ja, gut. Was da also? Hand ist schon. Ah, danke. Genau. Jetzt ist daneben gegangen. So, wunderbar ist schön. Gift hat da nicht einmal gewirkt. In dem Falle. Oh. Sind wir alles so sehr betraubt. Oder betrübt. Ich sag das gerne. Die Wörter hat mich so verdreht. Na, wunderbar. Tangela haben wir auch noch nicht gesehen irgendwo, oder? Kam mir jetzt nicht so bekannt vor. Okay, jetzt habe ich doch noch mal ein bisschen Giftschaden gefressen. Und du magst Wachstum. Das ist so intelligent von dir. Wie ihr seht, ich verarsche alle. Ich lasse mich auch verarschen. Eigentlich Typ Propulsion. Darf ich gehen, Mami? Dankeschön. Da. Da. Dann, den muss ich da reinwerfen. Wenn ich das noch überlebe hier. Okay, vom Level her kann ich die alle besiegen. Ah, nächste Ebene, komm. Und deswegen muss ich jetzt keinen besiegen, oder? Das dauert ja sonst ewig. Wir kennen ja die Stelle hier. Und wer sie nicht kennt, dann habt ihr nicht Pokémon gespielt. Okay, Weg ist frei. Du hattest Psycho-Pokémon damals. Gib's zu. Okay. Bom, bom. Jetzt sind wir so weit. Kommt nochmal ein Labyrinth. Jetzt war Jesse eigentlich noch gar nicht da, gell? Ah. Wie schade, wie schade. Okay. Wo geht's denn hier rein? Jetzt sind wir richtig, oder? Ja. Das ist schön. Oh man, warum so ein langer Weg? Willkommen, ich heilige deine Pokémon. Bing, 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 bing. Okay. Irgendwo ist doch Pokémonmarkt. Was sagst du mir? Du, I know you. Was? Kennzwisch. Hi, sir, may I help you? Full Restore. Das ist das, was ich begehre. Dafür habe ich mein Geld. Jetzt hat er mir gehortet. Das ist Top Genesung. Max Potion. Full Hell. Revive. Max Revive. Team 50. Gibt's hier. Max Repel. Das brauche ich jetzt hier nicht mehr. Das kann ich jetzt vielleicht auch mehr verkaufen. Äh, Revive. Unten gab's Max Revive. Das werde ich mir kaufen. Dann verkaufe ich die Revive-Sachen vielleicht. Oder ein paar davon. Full Hell. Hab ich ja eigentlich genug. 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 Max Potion. Naja. Vielleicht. Schauen wir mal, wie viel Geld ich habe. Und Full Restore. Ja, momentan will ich nix kaufen. From here on you fail. I fail it for and buy one. If you win, a door opens to the next Rainer. Good luck. Übrigens, der 8 Arena Leiter war ja Siegfried. Bin jetzt gespannt, wer jetzt eigentlich der letzte von den Top 4 ist. Giovanni? Könnte das sein. Oder Ash Ketchum wäre jetzt geil. Gibt's da was Leckeres? Ich hab Ruhe und Durst. In diesem Sinne würde ich jetzt ganz gerne trainieren. Noch ein bisschen vielleicht. Schauen wir mal, wie ich Bock hab. Und halt die Trainer besiegen. Und dann würden wir uns an hier an dieser Stelle sehen wieder. Ist ein bisschen kürzer geworden. Nicht ganz ne Stunde. Eine Stunde und 30 habe ich jetzt gespielt. Und dann sag ich jetzt einmal an dieser Stelle wieder. Hey. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Wenn es heißt Top 4. Oder Top oder Flop. Azubi James macht's möglich.